Warten mal keinen Hackerin, please. Willst du mich snipen? Ich bin hier keinen Hackerin. Also ich hätte auf jeden Fall keinen Hackerin gemacht, hättest du mir das jetzt nicht gesagt. Jetzt muss ich sagen, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich jetzt Hackerin. Wie weit kann man das nur mit Wissen in LoL schaffen und wie weit mit Mechanics? Ich glaube, nur mit Wissen. Grandmaster. Und danach brauchst du Mechanics. Du musst teilweise Leute outplayen. Aber du brauchst nicht viele Mechanics, du. Du kannst halt auch Strategien nehmen, wo du nicht so wirklich Mechanics brauchst, beispielsweise Karma. Und andersrum. Wenn du nur Mechanics hast und null Gehirn, dann bist du Bronze. Oder Silber. Also ein gewisses Verständnis brauchst du schon. Ich wollte hier Hackerin eingeben. Ich habe Hackerin eingeben, obwohl ich Elise eingeben wollte. So, was kam dort Elise? Zack. Auch Viertel. Shaco spielen wir nicht. Shaco spielen wir nicht. Lass Säck gehen. Actually, fuck, wir können nicht Säck gehen. Nein. Ich habe keinen Säck. Fuck, jetzt habe ich mich selbst gekauntet. Ich habe keinen Säck. Und Nocton habe ich auch nicht. Ach, fuck, Mann. Na gut, wir spielen jetzt einfach den hier. Okay, ich spiele kurz das Spiel, dann zählen wir. Da sind bestimmt einige doppelt. So, ich glaube, ihr werdet beim ersten Mal eine Sekunde timeouted, beim zweiten Mal werdet ihr zehn Minuten timeouted. Not just saying. Also einmal hätte es schon gereicht. Oh shit. Oh shit. Nein. Nein. Du hast ihm smite sex gegeben. Ich meine, da hat er schon recht. Sorry. Sorry. Okay, I was on Facebook. Also wir haben einen heimwärtigen OTP gegen einen Sinch OTP und das, und der, das hat ja, also beide wissen, das ist nicht Playboy. Also hätte ich dann da hinten können, wenn ich es besser schmeckt, ne, oder? Also vielleicht Q-Flash, das kann man nicht so einfach flashen. Warte mal, ich habe keine XP dafür bekommen. Ey Leute, ich schaue mir keine OPGs an, das ist falsch. Ich schaue mir keine OPGs an. Ich will nur, also ich will nur gucken, ob jemand Masters oder halt nicht. Ich will nur die, wir wollen nur die Master Elo in meinem, Master Elo in meinem Chat lesen. Äh, ziehen. Nicht lesen. Und das ist ja auch so. Okay. Oh, hier! 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 Ah, the sweet smell of sience! Da sagen wir ja, pausieren. Oh, also wir lassen ihn kurz unter 3rd struggle und nehmen wir aus langen Skull. Oh, er hat die Skull genommen. es ist alles die smarte das ist der stadt gespielt statt zu davon gibt es der schaffte das locker wo ist größer viel aber den haben wir hier rein spielen das ist jetzt ein fehler was wir jetzt tun also wir machen es immer mit wir können danach reden warum es falsch soll dies jetzt aus der base kommt aber generell auch einfach gespielt hätte die 100 prozent gehen müssen also in dem fall hat sie so was jetzt nicht so schnell wie es hätte sein müssen weil es hätte sein können okay ich glaube mit dem game kann ich ruhig schilder gehen ist schilder noch okay auf vego weil ich glaube schilder ist einfach sehr gut gegen elise ist legal das hat man für eine weile gemacht ich will mich nicht sicher aber also ich weiß dass es matchup für vego sehr sehr bad ist wie dieses sehr gut gegen vego und deswegen würde ich jetzt glaube ich erst mal wenn du später kein mauer bauen möchte es nennen möchte ich nicht den mann oder elise als api quelle sie überlegen merkst du gehen aber auch schon zunächst warum da ist hinter euch er hat gar nicht hoffen ich habe mir so sicher der krieg des islands daran ja auch die ich auch den elise ist dann gelaufen gemessen ich weiß nicht warum ich so schlecht gerade gefühlt als ließ ja so ankommt wenn ich die den ganzen tag lang spiele einfach agorien im team ja moin haben wir dann waren los wenn es jetzt gehen müssen glaube ich jetzt ziemlich sicher dafür geflamen dass ich jetzt baue aber ich möchte bauen das war also das heißt also ich meine ich weiß sind da und ich will es trotzdem spielen ich mir ist es kein fehler ich weiß dass es so wäre eine hohe wahrscheinlichkeit haben das nicht zu schaffen ich habe es trotzdem gemacht weil ich halt ein bisschen naja was second eh ne eh sekt eh oder wie schon eh ne die port ja wen könnte ich eigentlich da wenn der wollte so nicht voll das wird mir das spielt eigentlich glänz ich habe gesagt ich nehme mir wieder eine form ja ich kann nicht wir kommen hier raus wir können rein und als nächstes bläder 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 setzen sollen doch kein pick rennst du wirst mich kontest du willst du willst warum hast du angst von mir jinks warum ja wir haben kurz noch zwei drei jetzt bringen willst du noch schade ich bin einfach boostet ich weiß nicht was meine stress machen ich bin in der wegung ich bin einfach super oh mein gott ich habe keine ahnung was ich habe noch nie gespielt wer ist überlebt ja ich hab ich hab den set und dings gedodget also ich wollte ob es nie also was ich machen sollte ist elise dann mit meiner und das habe ich halt nicht hinbekommen geht ne habe ich gedacht das war zumindest mein ziel ich weiß gar nicht ob es was passiert ist ich dachte du bist kurz in wohnen wenn du das nimmst aber bist du gar nicht ne ne bist du gar nicht das geht gar nicht dann du hast einfach nur so raka anscheinend ich glaube ich brauche schon noch merks ich bin zures oh äh schade schade es vendet Nee, die ist schon gut gegen mich. Die ist schon gut. Dass ich da nicht tönen darf, schon crazy. Da war kein Crit dabei. Echt nicht? Ja, vor allem ja, also, hm. Ich kann natürlich auch meine Ult einfach nicht in ihre E reinhauen, ne? Das geht natürlich auch. Wenn nicht gut wäre. Gib mir hier deine Average Rear hoch. Selbst ohne Rang 1 im Titel. Warte mal, warum ist Rang 1 nicht im Titel? Natürlich muss er in dem Titel ist. Wo habe ich denn sonst Rang 1 gemacht? Rank 1. Also muss er auch irgendwie belohnt werden, ne? Muss ja nicht gewasted sein. Oh, shit, ey. Ein Kill C was gewesen sogar. Wann habe ich einen Reset? Jetzt sehen alle Rank 1 Spiel, wie ich um die Shield bo... Oh, Gott. Warum hat er mich jetzt nicht getötet, der andere? Da ist ein Zinsch drin, ne? Oh, Gott. Okay, jetzt sehen alle... Oh, ich bin jetzt... Oh, ich bin hier! Ist das überhaupt nicht? Oh, ich bin hier. Das ist echt stark, die Jings. Den Großteil Schuboff finde ich auch. Also ich mein... Also das funktioniert gegen Elise, ne? Das war der ganze Sinn dahinter. Also ich kann mich nicht monshoten deswegen. Ich hoffe, wenn ich krank werde, sterbe ich da immer. Aber... Der stirbt an meinem Dotz. The fuck, der freut einfach. Kann ich ihn jetzt hinten? Boah, ich kann ihn nicht aufsammeln. Ist eigentlich nicht possible, ne? Warte, ich konnte sie jetzt grad einfach nicht nehmen. Was ist das denn für ne Scheiße? Gibt's da irgendeinen Trick? Target Champion Only vielleicht, ne? Aber es zählt, dass er Champion, das zählt auch als Minion. Wow, was ist das? Was ist das für den Harmen? Wäre nicht dumm. Könnte man die Action geben. Sie braucht Sustain. Du bist an Rail vorbei gelaufen. Was? Wann? Warte, was? Warte, was? Warte, was? Ich bin an Rail vorbei gelaufen? Wann? Der rennt einfach runter, der Kerl. Also das Game ist obviously nicht mehr winnable, ne? Warte, was ist das für den Harmen? Oh nein, ich bin an Railway. Warte, was ist das für den Harmen? Warte, was ist das für den Harmen? Warte, was ist das für den Harmen? Ja, ich bin rausgekommen. Okay, okay, cool, okay. Okay, cool! Okay, cool. Tja, ich bin rausgekommen, ne? Also, ich weiß nicht, was du da für Probleme hattest, Soraka. Noob. So, okay, was? Ich bin da langgeworfen? Danach zählen wir die Master-Spieler. Deswegen hab ich so geleakt, weil ich so viele Tabs aufhab. Oh mein Gott, das ist wirklich so... Ich hab das nicht gesehen. Oh mein Gott, ich hab das nicht gesehen. No, ich hab das wirklich nicht gesehen. Ich wär so bad. Bin ich so unkonzentriert?